Kaua Bange, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Mario Kart Double Dash, wir sind heute im Battle Modus wieder dabei, wie immer, Johnny, Clay, Full. Was geht Johnny Clay Full? Kannst du dich zumindest Fullie nennen? Das I kann doch dran. Mein Gott. J, K und F. Genau. Moment. Wie ging 4? JFK, alter. Versteh ich nicht. Ich auch nicht. Ich werde alle assassiniert werden. Ich bin falsch. Moment. Nee, ich bin richtig. Nein, du bist richtig. Ja. Okay, ich bin richtig. Ja. Ja. Machen wir das oder machen wir besser? Richtig. Kenn ich doch, ist doch meine Konsole. Nee, ist gar nicht meine Konsole. Wir fangen mit Balloon an. Ganz klassisch so. Balloon Battle. Ja. Und Bob on Blast machen wir dann als Balloon. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt nehm ich wieder meine Guys. Jetzt nehm ich andere. Ich nehm jetzt so eine Mini Card. Ich fahr jetzt mit den Goldenen. Wenn sich so ein kleines Kack-Card besser steuern, dann merk ich sofort woran es lag. Achso, Gamecube. Das ist ja gar nicht das gute Auto. Ja man, die Gamecube losgeht. Man kann auf der Gamecube fahren. Wie gut ist das denn? Man konnte ja auch auf Mario Kart DS auf dem DS fahren. Ja, das war doch noch nicht. NTSD Gamecube. Da fahren wir gerade alle drauf. Mega lustig. Ganz genau. Die sehen so aus. Da wird dann so ein kleines, da wird dann so ein kleines Hologramm erzeugt, ne? Und dann kann man halt da die Fahrer sehen. Oh Joll! Ist die mehr plötzlich so klein? Ist die mehr plötzlich so viel besser? Alter, wer Wölfe? Geh weg hier. Ich will doch nicht neben dir stehen. Aber ich kann mich weg. Wer hat mich an die Griff? Ich hab's dir gesagt, Poli. Nein! Als ob ich dich getroffen habe. Mein Card letzten Part war das einzig vage. Nein, das stimmt natürlich nicht. Aber das war schon ziemlich gut. Du hattest ran. Du hattest ran. Kann... Also du musst du fragen... Nein! Ich bin selber rein! Ich bin gleich down. Oh! Die Arena hat da mal richtig viel große Erinnerungen gehabt. Nein! Oh! Maeve, du F***. Kann eigentlich mal MADE was? Maeve, das kriegst du zurück. Kann eigentlich mal MADE, was du auf dem Auto sitzt? Nein! Ich bin down. Als erster. Ja! Seht ihr? So sieht's aus. Da ist die Kamera. Oh mein Gott. Ich hab echt Kamera. Nein! Ich kann irgendwie kaum steuern. Das hat keinen Müllballon abgezogen. Nein! Nein! Oh mein Gott, pack die Banane rein. Ich kriege kaum Einziges, weil die alle blockiert sind. Oh! Mir fällt jetzt auf, wie OP Maeve ja eigentlich ist. Er kriegt alle Spezial-Items mit dem Boot. Und das war's. Da konnte er nicht mehr auf das Bremspedal drücken. Ja! Ich weiß nicht, wo ein Bremspedal ist. Auf B. Okay. Achso. Change Stage bitte. Darf ich noch ein paar andere Charaktere nehmen? Nein! Okay, egal. Ich will kleinere Charaktere nehmen. Also so schon voll diese Charaktere. Neh mal Bebe Mario. Neh mal Bebe Mario. Neh mal Bebe Mario. Ich glaube ich hatte diese State. Kann das sein? Das kann sein. Das kann sein. Wie kann man die freifalten? Keine Ahnung. Da hat er noch nicht so viele Farben, der Mario. in dem man heftig ist. Moment mal. Man kann hier runterfallen oder? Genau. Ich hab grad für die Kunde gedacht. Ich krieg grad ne Boday. Ich krieg grad ne Boday. Das war so gefeuert, was ich grad getan hab. Was ist denn für den Web? Was ist hier los? Der dreht sich ja! Ja! Jo. Auf der Kippe heißt die auf Deutsch. Ich dachte früher immer, was hat ne Müllkippe damit zu tun, aber... Wow Johnny. Wow. Tilt a card. Ah, ich bin so dumm. Warum seh ich niemanden von euch? Ich bin so dumm, dass meine Cache, äh meine Phrase. Ah fuck? Hat jemand auch... Wie kann das sein? Wie kann das sein? Naja, mit ner roten muss man nicht großartig zielen, ne? Was hat mich... Ah! Als ob ich davon getroffen wurde! Nein! Die hat ne richtige Rank, so Clay. You're on! You're on! Wo bist du? Bam! Oh shit. Das war nicht sehr gut. Okay, Johnny nur für beide. Wer kriegt das? Oh nice. Ist halt echt so ne... Ich hab... Ich hab nen Pilz. Ich auch. Kann man was machen? Wo bist denn du? Ah shit. Hab dich gesehen. Wie er einfach nur die ganze Zeit am Stirn ist. Ohhhh! Der hat ja ne roten gehabt. Scheiße! Wie das so aus unserer isometrischen Perspektive aussah. So... Jo, bam! So nen Kurve-Treffer. Immer geil. Pipe Plaza. Das ist noch... Ne, ist nicht. Ich dachte gerade, kenne ich noch von Nintendo 64, aber... Die N64 Schrecke ist die beste. Aber die ist daran angeliehnt. Ja, das stimmt. Die... Die vom N64 ist halt einfach mega geil. Ja. Auf jeden Fall. Kommt eigentlich nichts ran. Oh noi. Morgi ist auch viel kleiner als die vom N64. Ja, ja viel. Ja, ja viel. Generell sind die alle die voll klein. Ja, ne? Die sind echt nicht groß. Nur Luigi's Mansion. Die ist ziemlich geil. Weil die hat 3 E-Tagen. Warum schieß... Irgendwer dauert auf mich? Ich schieß einfach random. Ich bin froh, wenn ich jemanden fahren sehe. Ich schieß einfach nur los. Oh noo. Ich hab aber immer noch 3 Ballons gehabt, ey. Das gefällt mir nicht. Ja, jetzt hab ich gar keine 3 mehr. Ja, du Teufel. Oh, das ist meine Runde hier. Ah, die Banane hab ich dann gelegt. Das fand ich gut. Ich hab nicht selbst gelegt. Das ist mir auch passiert vorhin, glaube ich. Oh oh. 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 Trotzdem hat Volli niemanden getroffen. Oh. Der hat mir mal gesehen. Puh. WM, ey. Ich weiß nicht, wo ich hinfahren muss. Man kann, glaube ich, mit einem Stern Ballons klauen. Also mit einem Pilz auf jeden Fall. Ach ne, Quatsch. Stimmt. Kann man das ja auch schon machen? Warum sagt mir das keiner? In Mario Kart Double Dash kann man mit Pilzen in den normalen Rennen sogar Items klauen. Das war so geil. Das finde ich... Da waren Pilze doch viel mehr wert. Was ein bisschen schade ist, dass die Toten hier nicht zur Bombe werden. Oh mein Gott. Boah. Das war ne coole Reflexion. Mann, das ist nur Mario Kart DS erst gegen mit den Items. Wuuu. Ja, der ist schneller geschossen. Das kann sein. Aber auf jeden Fall konnte man Items klauen. Okay. Ja, Alter. Ah. Pipelase. Alles klar. Die ist richtig nice. Können wir Clemper spielen. Ich merk schon, Johnny gefällt einfach alles an diesem Spiel. Ja. Du kannst die ranzige Randstrecke nehmen, wird nice. Ne, alle anderen bisher waren nicht so cool. Das ist mit einer der besten Wettkampfstrecken. Es hat die ganze Zeit... Oh, die war nice. Oh, die ist nice. Oh, die ist nice. Das hab ich noch nie gesehen. Hab ich... Hab ich ja noch nie gesehen. Ich will dieses Video sehen und mich einmal hier vor sagen hören, dass die Wettkampfstrecke gut war. Ja. Ich hab nur noch ein Ballon. Erzählt das nach. Ich hab das nur dreimal gesagt. Aber ihr habt gesagt, ich hab das fünfmal gesagt. Ich nehm alles zurück. Ich nehm alles zurück, ich hab nur noch ein Ballon. Ich werd's einfach ein paar mal reinstellen. Johnny, du hast es einmal gesagt. Ich werd's einfach ein paar mal so ein random reinstellen. Oh Gott. Ja, danke. Oh, das war die Beschrecke. Oh, das war die Beschrecke. Ich glaub, ich hab mich nonstop selbst ausgeschaltet. Ich hab echt kein Glück. Was macht eigentlich mein Geist? Der sabbert immer so mal hinten. Ich bin einfach dumm. Ja. Das glaub ich dir. Aua. Oh, ist super bei Light, mate. Sollen das? Der hat mir noch nie verstanden. Ich dachte, wir sind Freunde. Hab ich ja noch nie gesehen. Wow. Okay, wo seid ihr? Wo seid ihr? Will ich noch mal ein gutes Item kriegen? Oh shit. Nein! Als ob der gute Panzer mich trifft. Wenn man nur ein Item hat, kann man auf Z drücken. Und dann hat man halt noch ein Itemstopp frei. Das ist mir grade auch eingefallen. Das ist mir grade eingefallen. No! Oh, Maeve. So knapp. Okay, warte mal. Neuer Versuch. Nein. Ich krieg die Items nicht. Die müssen den jagen. Ich krieg die schon wieder nicht. Du musst so viel driften, dann kriegst du sie. Okay. Okay, jetzt. Weil das Driften in diesem Spiel ist halt echt nach außen, nicht nach innen. Kann dieser Show noch? Was? Ich bin so mega angespannt. Drei Eiern am Start. Nein! Ich such grad den Pixel, der ein Gegner sein könnte. In der Ferne. Der auf einmal her. Wow. Du kannst halt screenwatchen, ne? Achja, stimmt. Ah. Oh, gute Idee. Genau so hab ich das früher einfach immer gespielt. Ja, rede guck doch mal in den Spielen. Und man hat's trotzdem immer getan. Ja, also ich und meine Geschwister, bei uns hat das zum Spiel dazugehört. Ja, natürlich. Dass der andere weiß, wo man ist. Okay. War immer zu fair für sowas. Wurden wir gar nicht erst... Als ob denn noch... Nein, das ist zu fair. Wir kannten es nicht anders. Wir dachten, das gehört dazu. Als ob der noch drei so eine Dinger hat. Das hast du so einen großen. Das ist auch nicht cool. Ja. Oh Gott. Der kommt auf dich zurück. Und krieg ich das selber ab, ne? Nee, nee. Schnell weg. Okay, Maeve. Du brauchst jetzt, wenn es noch nicht kommt. Ah, geil. Ja, das war doch. Die rote ist gegen die Wand. Die rote funktioniert nur, wenn du den anderen siehst. Nein! Hast du gut gemacht? Ich will eigentlich, dass er abgereiht und dich trifft. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Du hast ja gar nicht gerade hinten, ne? Was ist der Gott? Ich wüsste nicht, was er geht. Du rechst die weg. Wie geht denn sowas? Ah, ich treffe auch nicht diese scheiß Kisten. Du hattest doch einen Pilz oder sowas, oder nicht? Ja, achso. Einfach angefangen und dann treffen wir. Ja, ganz genau. Okay, ich gehe doch in den Teil. Ich dachte, ich mache gerade der. Ne. Alles klar. Alles klar. Ich glaube, man kann sogar mehr als drei haben. So, jetzt. Oh. No. Als ob ich den... Hä? Hä? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Oh nein. Wie dumm! Ich hab's kaum gesehen. Ich wollte gegen diese Ecke schießen, damit er... Aber genau so habe ich es halt auch gemacht. Ah, so doof. Ich glaube, ich habe alle meine drei Ballons selber auf dem Gewissen. Und du Ichis Menschen, ne? Ah, Cookie Land gab's, glaube ich, auch in DS. Naja, das war richtig geil. Die kenne ich auf jeden Fall. Ne, ne. Das war Tortendings. Die war geiler. Die kenne ich aber auch vorher. Wahrscheinlich auf dem Supermarkt. Oh. Alter, wer war das? Ich. Also, ich weiß nicht, was du meinst, aber... Wahrscheinlich war ich's. Boah, ich kann's halt echt nicht, ne? Wettkampfmodus Ballon. Fuck! Da hab ich nicht genug. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber ich hab mal den Clayton richtig rausgebracht. Da kann man ja den Pauli. Boah, shit. Nein! Hehehe. Ach, scheiße. Ich werd hier nicht gut abschneiden. Oh, ich bin raus. Fully, wie machst du das? Willst du mich verarschen? Hm? Immer drei Ballons, während alle anderen schon... Ja, Fully fährt einfach nur im Kreis und macht nix. Der steht nicht. Ich... Ich... Sorry euch doch. Nein! Fully ist froh, dass er nicht runterfällt. Nein! Oh Gott! Oh! Mir fällt gerade auch, dass es ein Map in der Mitte gibt. Mit seinen drei grünen. Ja, genau! Als ob ich das überlebt hab! Richtig lächerlich. Das war süß! Nein! Ähm! Ich glaub, Fully schützt sich das selber. Nein! Da hat er nur einen! Wo bist du? Da bist du! Ja! Ja! Das ist der Sieg! Er kommt einfach annoten und hat einfach nur altem Glück. Wow! Na, da war ein bisschen... Der... Der Pilz war schon gut. Ich krieg immer nur das gleiche. Ich... Ich hoffe, ihr habt keine Angst, ne? Das war's gruselig. Das ist die beste Strecke meiner Meinung nach. Die... Also die und Röhre. Mehr hab ich nie gesagt. Tatsächlich. Nein, hab ich nicht. Werden wir ja sehen. Nein, war ich nicht. Ja. Ja. Ah, ja klar! Tut mir leid, Fully. Tut mir leid, Fully. Tut mir leid. Ah, die Bombe! Oh mein Gott! Oh Gott! Aber... Die... Die wurde einer Map nachempfunden aber, oder? Mit den oben rumfahren und so? Ähm... Die wurde einer N64-Map nachempfunden. Die erinnert mich an das aus Diddy Kong Racing. Nein! Als ob! Warum verschwindet denn immer die Items, die man hat? Ich meine, Diddy Kong Racing hatte sowas ähnliches, oder? Ja, ja, ja. Genau. Das weiß ich, ne? Ist auch ziemlich cool. Wer war da? Ich. Ich hab mich selbst gefühlt. Ich seh, wo die... An den Farben könnt ihr erkennen, wo die anderen längs fahren. Das ist auch ganz witzig. Ach, Mann. Also, es gibt natürlich auch die Karte, aber auf der Karte sieht man halt nicht, welche Etage man ist. So, wer ist denn noch da? Der Eklige und ich. Mhm. Und wir haben beide drei Ballons. Das ist... Das wird der Showdown. Da bist du doch! Ah, scheiße. Ah, ich hab... Komm, die trifft noch. Schade. Ich hab... Aber du hast dich auch selber... Ja, ich weiß. Nein! Oh, Leute. Oh! Oh! Alter, der Lack! Oh! Ja, ich hatte die Berichtstellen ja auch bewahrt. Oh, Gott. Ekliger. Ja, GG. Richtig ekliger. Ah, die stecken durch. Ah, komm. Eine Runde machen wir noch. Ach, Fully, sei doch nicht so salty. Ich will nicht salty! Oh, Pipe. Okay. Ich hab doch ganz normal gewonnen. Was ist denn los? Komm doch mal, das Chaos hier. Das war, fand ich, wie es so witzig. Das war lustig, ja. Nein, fand ich nicht. Was scheiße. Oh, die Musik, ey. In diesem Spiel komm ich, glaub ich, echt richtig abgehoben. Oh, fach. Du kannst ja die Kommentare lesen. Richtig, ich die Prochete, ey. In Mario Party alle so, ja, Johnny ist ganz nett und so. Und hier gleich so, oh, dieser kleine, was macht der denn? Wie bist du da, Fully? Wie kann man nur so arrogant sein? Oh, Mann, Fully, was ist denn los? Wo seid ihr denn, ey? Das gibt's doch nicht. Ja, toll. Das wär jetzt schön gewesen. Ich liebe dieses Mario, dieses... Das weiße Außen Clay, das macht dich langsamer. Hab ich gerade gesehen. Oh, scheiße. Boah, wie gut ich sie offen hab. Habt ihr erst gesehen? 360, no scope. Wenn nicht, spür zurück. Genau. Fuck! Ja! Jetzt kommt ein Sniper. Fuck. Ein Kämpfer wohl, ja. Johnny. Ich bin am Moven. Und? Wo seid ihr? Jetzt riecht hier eigentlich ein Real Life Camper, weil er am Wohnen war. Oh, scheiße. Naja, ne? Wow, Maeve, da war jetzt ohne. Wow, war der ja schlecht. Oh, fuck. Oh, ich dachte gerade, ich könnte jemanden töten und dann war das der, der schon down war. So, jetzt aber. Ich seh gar keinen. Wahrscheinlich hängt Johnny über die ganze Zeit... Ich hatte dich gerade auf dem Schirm. Ach, du bist der letzte Überlebende. Mhm. Oh nein. Wow. Das war's. Und du stirbst noch nicht mal. Das kommt erst jetzt. Das ist richtig dumm. Die sterben noch nicht mal. Nein, also, du verlierst den Ballon erst jetzt. Nein. Achso. Das ist wenn du wieder aufkommst. Ah. Ah. Nein. Äh. Ich find das lustig, auf dieser isometrischen Perspektive oder in der Map in der Mitte zu gucken, wie du mir fahrt. Ja, baby. Das war so dumm. Hab ich richtig gut gemacht, ne? Ah, verdammter Maeve. Wir wollen festhalten, alle haben zwei Punkte außer Fully und damit... Halt ihn, Fresse! Ich hoffe, es hat mich gefallen, dass der Präsident wieder da ist. Dann spielen wir mal was anderes. Oder das nochmal. Ja, wir spielen nicht mehr nochmal, Mario Kart. Tschüss. Das ist abgesetzt. Die Serie ist gecancelt.